Musik Läufst du? Das ist doch falsch, Alter. Läufst du? Irgendwie so eine Einschreibung habe? Vielleicht bei jedem Foto dann oder? Was ist das denn hier? Ja, herzlich willkommen zu meine Sonne. Das ist die Sonne. Viel Spaß beim Behind the Scenes, ne? Musik Hallo! Hallo! Guten Morgen in the morning! Ich habe leider Kindersicherung drin. Du musst mir aufmachen. Lecker! Oh, Zwiebeln! Zwiebeln! Das ist ja eigentlich das Skateverein Obereifel e.V. Ja, ich komme mal rein in die gute Stube. Immer noch! Ah! Weißt du, es ist wirklich der erste Tag. Ich komme hier an und ich gehe aber nur kranke Scheiße. Ich muss mich beruhigen, weil das geht noch eine ganze Woche hier. Guck dir das mal an, Junge. Hier ist schön viel Knoblauch. Soll ja auch schmecken hier, ne? Ich, ich läute mal. Kinder! Guck mal, da kommen die ganzen Tonleute, alle. Ne? Junge, ich war schon beim letzten Making of the Art für das Terms. Das lassen wir diesmal. Ich werde uns da rös sein. Ich werde uns da rös sein. Ja! Ja! Und dann sehen wir uns da rösse. Ja, man, wenn sehr We600 Flur ist, Hier geht ein Lichtlein auf. Das ist ein feinschmeckersalat, da kommt einfach ein ganzes brettchen Rispen, äh Romana Tomätchen rein und das ist natürlich eine extrem leckere Angelegenheit, die der Trainer uns dann mal wieder fabriziert. Joa dem ist nichts hinzuzufügen, er hat es auf den Punkt gebracht. Was ist das für eine Linse? Hier ist gerade schon richtig was abgegangen. Gut, dass wir noch leben. Was ist passiert? Aua! Oh no! Was ist da nur drin? Das riecht aber gut. Ja gut, das ist jetzt... Oh yes! Boom! Naja das ist schon vorbei. Du musst das... Wenn du das nochmal... Oh ne, doch nicht. Ja, wo ist er? Hoho! Warum? Wie so nen Vlog sein Leben aufs Spiel zu setzen. Der meine Sonne flog! Andere würde da eine Wette draus machen, alter. Niemals! äh, guten Puh. Denken wir wieder zusammen. Das merkt keine Sau. Junge, der Trainer kommt gerade zurück von vier Jahren. Im Berg gelebt. Ist isoliert. Nur meditiert. Vier Jahre. Liebes Volk von Judea. Es gibt viel Böses in der Welt. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. In diesem Sinne, ja. Ja, du? Ich bin soweit. Es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, man versteht mich gut. Wir haben hier von The Light Bridge die Spiegel im Einsatz. Mit diesen Spiegeln simulieren wir das Sonnenlicht, das einfällt. Vier kW auf dem Boden. Und draußen dann in zwei Fenster rein. Die sind foliert. Und dann drinnen noch durch Vorhänge. Hier muss die ganze Zeit jemand stehen, weil wenn die Dinger umkippen, war es das halt. Deswegen sind die hier abgespannt. Und der gute Basti, der bewacht die hier. Dass die nicht umkippen gerade jetzt bei dem Sturm ist das natürlich kritisch. Aufmerksamkeit und Sicherheit ist geboten. Das war so zweimal irgendwie, wie er wirklich hallo sagt. Und du jetzt, okay, gleich legt sie auf. Ja, schön. Also, wir wären soweit. Wir proben jetzt. Ja. Superfresh. Was geht ab? Wir drehen heute den Tag draußen und wir haben bestes Wetter. Bestes Wetter. Bestes Wetter. Fass. Wir brauchen mehr Muskeln. Ja, kann ich für dich bieten. Spann doch mal an. Ganz ungünstige Situation. Jetzt hier. Wir würden jetzt noch kleine Schauspielkorrekturen machen und dann noch vier Versionen drehen. Ihr dürft euch nicht angucken. Geht nicht. Machen wir nicht. Miri! Wir müssen weiter in die Ecke. So weit geht's. Habt ihr Bock, noch ein paar Lampen aufzubauen? So weit. Ab. Ich denke, ihr seid jetzt am Arbeiten und dann habt ihr immer noch Zeit für so Spielchen. Kein Stresszeichen Kickfit machen. Wäre echt kein Thema, Alter. Wirst du nur ansagen. Habe. Dieten fahren uns gegen die Setzen. Guck mal her. Guck mal her. Leise, leise, leise. Der Kusi hat Geburtstag und dann geht gleich die Party ab. Okay, Lichtinstallation ist gemacht. Need for Speed-Style. Können wir das nochmal ausmachen? Ich kicke echt einen epileptischen. Wieso, was Kusi? Ey, Kusi, wir müssen los. Ey, doch, scheiße. Hast du die Sirene nicht gehört, Mann? Das ist so ein... Das ist Fabis... Fabi geht jetzt los. Jetzt guck mal, schnell, lohn! Du musst jetzt mitkommen! Komm jetzt mit! Los! Komm jetzt! Oh, aua. Du, das ist 17, ne? 17... Ja, richtig, komm mit! Dann gießt jemand seine Blumen. Sekunden, Sekunden, Sekunden! Wo ist der Justin? Weiß ich nicht. Wo ist denn der Hanko, Alter? Was ist das denn? Guck mal her! Junge! Was ist das denn? Ihr habt Polizei oder was? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist das denn? Einfach! Wuuuuh! Wuuuuh! Schächter! Wuuuuh! Wuuuuh! Das ist das allerletzte, Alter! Wuuuuh! 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 Hanko Broncovich Trainer! Auf und Freundschaft! Ja! Wuuuuh! Yo, danke! Haha! Jürgister, Alter! Yo! Torte! Benjeri Blumscher! Ja! Aaaaaah! Jetzt wollen wir nicht alle auf die Seite... Hahahaha! 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 Gegenschutz-Trainer! Hahahaha! Okay, Arbeit nicht, das war's! Sehr schön! Danke, danke, danke! Was war denn gestern los? Das kannst du nur noch mal wiederholen, es war mir eine Freude, weil das sowohl professionell als menschlich richtig rund war, einfach toll! Vielen Dank dafür! Und jetzt freue ich mich sehr auf das Ergebnis und da sehen wir uns ja dann vielleicht wieder! Ja, vielen Dank dir! Alles Gute euch! Vielen Dank! Applaus 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 Ab вкус Applaus Applaus Handamel Applaus 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 Wo kommt man denn hier hin? Oh, ganz neue Welten tun sich auf. Das ist jetzt aber wirklich real, dass du die jetzt bindest, ne? Alter, hier wird nichts gefaked. Bei Horror. Hast du keine Angst, Christoph, wenn du neben einem solchen Gespenst herläufst? Pass mal auf. Heute Nacht werde ich halb gesucht. Ist aus. Ich will mich hier gerade am liebsten selbst aufhängen. Wir drehen jetzt den letzten Take, es ist ja erst halb sechs morgens. Danke. Alter, Christoph? Jo. Hast du Kusi gesehen? Kusi? Meine Drohne ist weg. Ich weiß nicht, die sind gestern ganz früh verschwunden, als sie noch mit dem Horrorfilm zugange waren. Quentin, Lilly und Kusi. Die machen so einen Zirkusscheiß an. Ich hab ein bisschen auch so meine Drohnen dran. Ich hab ein anderes. Nein, kein Zirkusschiff. Ich hab ein anderes. NOO, DOKTOR! ARD Text im Auftrag von Funk